So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico, wieder mit meinem Kollegen Sahat. Heute werden wir einmal über die vier großen Fehler oder über vier große Fehler sprechen, die du in deinem Marketing machen kannst. Und ich würde sagen, let's go! So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen heute über vier Fehler, die du vielleicht in deinem Marketing machst oder gemacht hast. Und natürlich auch, was man dagegen tun kann oder warum man die vermeiden sollte. Und zwar, der erste Fehler ist, Werbung wird pausiert, wenn kein Bedarf mehr da ist. Wir sehen das leider ganz, ganz oft bei vielen unserer Kunden, beziehungsweise die Fragen danach. Wir haben jetzt Mitarbeiterwerbung gemacht, erfolgreich ein oder mehrere Leute eingestellt und dann wird die Werbung wieder eingestellt. So, ist natürlich auch, ich sag mal, der erst logische Schritt, dass man sagt, ich habe jetzt mein Ziel erreicht. Ich gebe jetzt kein Geld mehr für Werbung aus. Aber letzten Endes ist es so, Marketing hat letzten Endes den Zweck, dich omnipräsent zu machen. Das heißt, jeder da draußen soll dich erkennen. Im Markt funktioniert es eigentlich immer so, dass der an der ersten Stelle auch den größten Marktanteil bekommt, logischerweise. Und es ist einfach ratsam, wenn du Mitarbeiter suchst, eigentlich das ganze Jahr über ein bisschen Werbung laufen zu haben. Vielleicht auch mit weniger Budget, wenn du jetzt nicht aktiv auf der Suche bist. Aber wenn jetzt gerade da draußen ein Top-Mitarbeiter ist, genau der Mann, den du suchst, wirklich perfekt für deine Belangen, die du so besuchst, dann würdest du ihn ja wahrscheinlich nehmen. Und der Zweck ist halt der, wenn diese Person jetzt gerade unzufrieden ist mit dem, was sie tut und deine Werbung immer wieder sieht, dann wird sie sich im Kopf haben, in dem Moment, wo sie unzufrieden ist bei seinem aktuellen Arbeitgeber. Also schau einfach, dass, wenn du Geld ausgibst, sowieso in bezahlter Werbung und vielleicht deine Ziele jetzt kurzfristig alle erreicht hast, dann lass die Werbung subtil ein bisschen mitlaufen. Schau einfach, dass es Leute sehen, dass es nicht vom Bildschirm, sag ich mal, verschwindet. Und du wirst sehen, das Ganze zahlt sich doppelt und dreifach am Ende des Tages aus. Ja, ein genereller Punkt, den du ja angesprochen hast, die Kampagne pausieren, ist halt Sparen im Marketing. Ja, ganz großer Fehler, den viele Unternehmen, auch große Unternehmen, auch kleine, der erste Punkt, wo sie anfangen zu sparen, ist dann das Marketing, das Online-Marketing oder wahrscheinlich irgendwo Werbebudget, das dann auf einmal eingefroren wird. Und warum das ein großer Fehler ist, im Marketing hast du halt aus einem minimalen, ja, vielleicht einen Kostenpreis, einen Leadpreis, kannst du das Maximum rausholen. Ja, auch der Punkt, überhaupt präsent zu sein, den du gesagt hast, aber auch allgemein, wo man oft an sehr, sehr vielen anderen Stellen im Unternehmen sparen kann, dann als erstes im Marketing anzufangen, ist halt letztendlich einfach Effizienz, die du verbrätst. Ja, es ist auch letztendlich ganz oft so, dass viele nicht merken, dass Marketing nicht immer nur sofort effektiv ist, ja, das merken wir leider auch mal mit unseren Kunden, die dann sagen, genau das Thema, das du gesagt hast, hier, pausier mal das Ganze, ich habe zu viele Anfragen, ja, viel zu viele Kundenanfragen im Haustürsegment oder Terrassen etc., ja, pausier das Ganze mal, ja. Dann hat er aber noch ein paar Monate den Marketing-Effekt, der geht ja noch mit, der hält, der wird mit dem Pausieren der Kampagne nicht direkt enden, weil viele das noch im Hintergrund haben und wird dann nach zwei, drei Monaten bei dir eintreffen, wo du dann nicht mehr sichtbar bist und auch keine neuen Anfragen, keine neue Präsenz hast, ja. Und dann kommen sie wieder auf uns zurück und sagen, oh, wir müssen wieder die Werbung einschalten, das läuft ja auf einmal nicht mehr. Und das sind halt Sachen, die einfach viele nicht beachten, immer auf dem Markt sein muss und immer präsent sein muss, sich zeigen muss und dass das Marketing halt auch nachträglich Folgen haben kann, ja. Ja, ganz wichtiger Punkt, nicht am falschen Hebel sparen. Der dritte Punkt, über den wir kurz sprechen wollen, ist, dass man anfangen soll oder sich nicht angewöhnen soll, zu viel abzuwarten. Ja, ich sehe es ganz, ganz oft mit unseren Kunden, egal ob Mitarbeiter- oder Neukundenkampagnen. Meistens ist es so, dass in diesem Unternehmen das allererste Mal an der unternehmerischen Laufbahn ein Prozess steht, wo am Ende des Tages entweder regelmäßig Neukundenanfragen rauskommen oder regelmäßig Bewerber rauskommen. Und ganz, ganz viele Unternehmer tappen dann halt in die Falle, den Gedanken zu entwickeln, okay, ich habe jetzt hier zwar einen geeigneten Mitarbeiter, aber der nächste könnte ja besser sein, weil ich bekomme ja regelmäßig Neue, genauso beim Thema Neukunden. Klar, Neukunden nimmt man in der Regel mehr an als Mitarbeiter, aber du merkst, die Falle existiert bei beiden Fällen, weil ich kann ja auch sagen, okay, ich könnte jetzt hier ein Dach verkaufen für 30.000 Euro, aber ich habe nur noch Kapazität für ein Dach, vielleicht warte ich auch, bis der für 40.000 Euro kommt. Und das ist halt einfach eine Falle, weil letzten Endes, ja, das kann passieren, das kann aber auch nicht passieren. Und du weißt, genauso wie ich, die Personen, die jetzt quasi entweder bei dir kaufen wollen würden oder jetzt bei dir arbeiten wollen würden, die haben den Bedarf ja jetzt. Das heißt, wenn du die nicht stillst, dann werden sie woanders stillen und gehen zum Konkurrenten. Also, versuch das auf jeden Fall im Hinterkopf zu haben. Du hast zwar mit Kampagnen, wenn sie jetzt zum Beispiel von uns kommen und professionell aufgesetzt sind und funktionieren, hast du einen fließenden Strom an neuen Bewerbern oder neuen Kaufinteressenten. Das heißt aber nicht, dass du dir dann anfangen solltest, da wirklich, ich sage mal, die Creme de la Creme rauszusuchen, sondern wenn jemand passt, wenn jemand das Ziel der Kampagne erfüllt in seiner Qualifikation oder in seinen Gegebenheiten einfach, dann solltest du mit ihm den nächsten Schritt gehen und entweder einen Verkauf machen oder eben die Einstellung. Ja, vierter und letzter Punkt ist natürlich, wo setzt du dein Online-Marketing-Budget ein? Ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder höre in Onboarding, wenn die Kunden gerade bei uns neu sind, wenn die Partner neu sind, dann frage ich, ja, wo habt ihr denn ein bisschen Online-Marketing gemacht oder habt ihr Werbung gemacht? Ja, haben wir schon, wir generieren über Lead-Portale irgendwelche, ich will jetzt keine Namen nennen, die Leads kommen, ja, die werden zu einem bestimmten Preis gekauft und auch an Mitbewerber verschickt. Du kannst dann letztendlich über den Wert, den du einsetzen willst, also wie viel ist dir dein Lead-Wert, entscheiden, mit wie vielen anderen wirst du verglichen. Und genau das ist schon der Punkt, du gibst gleichzeitig Geld aus und machst nicht mal Werbung für dich selber, für dein eigenes Unternehmen. Ja, das ist halt komplett kein Marketing, das ist alles außer Marketing. Und du kannst dann zehn Jahre Werbung machen und wirst auch wahrscheinlich Umsätze generieren, wirst auch aus diesen Leads irgendwelche Aufträge vielleicht machen. Aber wenn in zehn Jahren sich irgendjemand fragt, wer ist der und der, keine Ahnung, weil diese Portale nicht mit deinem Gesicht werben, ja, die werben nur mit ihrem Logo, mit ihrem Online-Auftritt. Und noch wichtiger, sie vermitteln nicht die Qualität deiner Produkte, ja, das heißt, du machst Marketing angeblich, investierst das Geld in Billigwerbung von irgendwelchen, die auch noch verglichen wird. Und das ist einfach eine falsche Herangehensweise, wie du dein Werbebudget richtig einsetzt, ja. Werbebudget oder Online-Marketing heißt, dein Logo oder dein Unternehmen nach außen präsentieren. Und da solltest du auf Profis setzen, ja. Wenn du schon Geld in die Hand nimmst, dann setz das Geld bei Profis an, die, die damit umgehen können, ja, zum Beispiel hier bei der A&M, die dir beweisen können, dass sie mit verschiedenen Unternehmen schon erfolgreich sind, die über 600, knapp 700 Partner deutschlandweit, Österreich und Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, Erfolge und dir auch Beispiele zeigen können, ja, wie du mit diesem Geld erfolgreich werden kannst. Und schon hast du vielleicht aus 1.500, 2.000 Euro Werbebudget, was auch immer, kann auch im niedrigen Segment sein, 300 bis 2.000, was auch immer, aber viel mehr gemacht, aber mit deinem Unternehmen. Weil das ist bei uns ein ganz wichtiger Punkt, es bringt uns nichts, irgendwelche Leads zu kaufen, wir wollen dich und dein Unternehmen nach vorne bringen und das ist, das passiert nur, wenn wir dich auch nach außen zeigen. Ja, ich muss da ganz kurz einhaken, also ich höre dazu auch ganz, ganz oft Geschichten auch von unseren Kunden, zum Beispiel letztens auch eine Kampagne im Dachbereich gehabt, hatte ich dann mit dem Kunden darüber gesprochen, hey, wie läuft's? Man muss ganz fairerweise sagen, also wir wollen jetzt auch niemanden ins schlechte Licht rücken, die Kampagne, wenn man sie jetzt nur an den Anfragen gemessen hätte, also Einkaufspreis und am Ende des Tages Termine und Abschlüsse, die daraus generiert wurden, hat sich ungefähr gleich getan mit jetzt Anfragen aus Anfragenportalen, das ist erstmal okay. Aber was der Kunde gesagt hat, was relativ spannend war, seit wir diese Kampagne gestartet haben, klar, ich habe jetzt meine Adressen, denen kann ich was verkaufen, aber es ist jeden Tag der Hof hier voll. Das heißt, Leute kommen vorbei, die gucken sich das an und man muss sich halt, ist zwar ein kühner Vergleich, aber auch mal größere Unternehmen wie zum Beispiel Coca-Cola anschauen. Wenn Coca-Cola morgen aufhört, im Marketing zu investieren und wirklich Marketing auf null runterschraubt, die werden trotzdem in den nächsten Jahren das gleiche Geschäft machen. Warum? Weil die in den letzten Jahren extrem viel Geld dafür ausgegeben haben, ihren Namen dazu positionieren, wo er heute ist. Klar, ist ein Weltkonzern, ist riesig groß, aber das Ganze funktioniert ja auch in kleineren Regionen mit kleineren Unternehmen und weniger Budget. Also nimm das ernst, am Ende des Tages gibt es genug Marktteilnehmer, die das bereits machen und in fünf Jahren, aller spätestens, wird man den Unterschied merken, wenn man da halt einfach abgehängt wird oder im Gegenteil die anderen abhängt. Wenn dir das gefallen hat, dann abonnier auf jeden Fall diesen Kanal, schau dir die weiteren Videos an, schau dir die nächsten Videos an und schau auf unserer Webseite vorbei, am-beratung.de, guck dir das Ganze an, was wir da machen. Ansonsten dir auf jeden Fall viel Spaß mit den nächsten Videos, bis dahin.